In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Tag am schnellsten und einfachsten planen kannst, um so leichter und strukturierter durch den Tag zu kommen. Du wirst dadurch immer die wichtigsten Dinge erledigt bekommen und dich dadurch laufend weiterentwickeln und immer schneller vorankommen. Außerdem wird dir das Ganze auch einiges an Stress und Zeitdruck nehmen. Wer beim Planen versagt, der plant sein Versagen, lautet ein bekanntes Zitat und da steckt viel Wahres drin. Wenn wir nicht planen, sei es im Allgemeinen unser Leben oder unseren Tag, dann leben wir einfach nur in den Tag hinein. Wir verschwenden unsere Zeit und machen tendenziell nur die Dinge, die leicht sind und wo wir uns danach fühlen, als wären wir produktiv gewesen. Auch wenn wir es in Wirklichkeit nicht waren. Produktivität ist nicht zu verwechseln mit beschäftigt sein. Produktivität misst sich rein an den Ergebnissen, die du erzielst, nicht wie viel du tust. Es passiert häufig, dass Leute viel erledigen oder machen, aber trotzdem unproduktiv sind, weil sie sich schlichtweg auf die falschen Dinge fokussieren. Leute, die nicht planen, checken häufiger ihre E-Mails, surfen mehr im Internet, checken ihr Handy häufiger, lesen mehr Blogs oder Artikel oder schauen mehr Videos an, ohne etwas davon umzusetzen. Und sie lassen sich im Allgemeinen viel eher ablenken, als jemand, der einen Plan hat und den einfach durchzieht. Man kann sich nahezu unendlich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen. Wenn du aber nicht identifizierst, was die wichtigsten Bereiche sind, die dir die besten Ergebnisse bringen und diese Aktivitäten in einen Tag planst, dann endest du schlussendlich wie der Hamster im Hamsterrad. Deine Fähigkeit zu planen ist fast genauso wichtig für maximale Produktivität, Klarheit und wenig Stress, wie das, das du dann tatsächlich machst. Hast du einen Plan, der alle Gegebenheiten abdeckt, egal was passiert, dann hast du fast keine andere Möglichkeit, als erfolgreich zu werden, sofern du dich nicht dazu entschließt, vom Plan abzuweichen. Aber dir ist mittlerweile sicherlich bewusst, dass die Ausführung eines funktionierenden Plans, egal ob du dich gerade danach fühlst oder nicht, der Preis ist, den wir für unsere Ziele bezahlen. Und das ist es absolut wert, das kann ich dir sagen. Wenn es um die Tagesplanung geht, gibt es viele verschiedene Ansätze und Methoden. Ich möchte dir jetzt einmal sozusagen die Grundlagen mitgeben, was du beachten musst, wenn du maximalen Erfolg mit der Tagesplanung haben möchtest. Nummer 1. Mach dir am Anfang der Woche bewusst, was die Woche alles ansteht und verschaff dir einen Überblick darüber, was diese Woche erledigt werden muss, welche Termine du hast und welche Fristen es einzuhalten gilt. Du musst natürlich nicht im Detail sekundengenau wissen, wann du welche Aufgaben angehen wirst oder was du an welchem Tag machen wirst, auch wenn das natürlich eine Möglichkeit ist. Aber egal, wie du es machst, es ist wichtig, dass du die Woche nicht damit beginnst, nur den Montag zu planen. Einen groben Fahrplan für die Woche zu haben, ist Grundvoraussetzung, um das Maximale aus der Tagesplanung zu holen. Punkt Nummer 2 ist Fokus. Setz dir keine 10 Ziele für jeden Tag. Das sorgt nur für Stress und führt am Ende des Tages dazu, dass du mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehst, weil du nicht alles erreicht hast, was du dir vorgenommen hast. Du kannst niemals alles an einem Tag erledigen, was du gerade machen könntest, aber du hast immer die Zeit, um die wichtigsten Dinge zu erledigen. Und das ist es letztendlich, worauf es ankommt, denn bekanntermaßen sorgen ja bereits die wichtigsten 20% deiner Aktivitäten für 80% deiner Ergebnisse. Deswegen setz dir 3-5 Dinge fest, die du den Tag erledigt haben musst, egal was passiert, egal ob dein Haus über dir zusammenstürzt und egal ob die Welt untergeht. Nicht erledigt haben sollte, nicht erledigt haben könnte, sondern die du erledigt haben musst. So stark musst du dich gegenüber deinen Prioritäten verpflichten, denn ansonsten sagst du zu jeder Ablenkung Ja, die dir über den Weg läuft. Diese Dinge solltest du auch so schnell wie möglich am Anfang des Tages erledigt haben. Erst danach solltest du dich Routine erarbeiten, wie E-Mails, Meetings und dergleichen widmen. Natürlich heißt es nicht, dass du deine Gesundheit aufs Spiel setzen solltest, dringende Sachen liegen lassen oder dein Privatleben vernachlässigen solltest. Es geht rein um die innere Einstellung, mit der du an die Sache rangehst. Punkt Nummer 3. Die Tagesplanung beginnt am Vortag. Wenn du am Vortag bereits die Planung und sie mit den ersten Schritten erledigt hast, ist es zehnmal wahrscheinlicher, dass du am nächsten Tag auch wirklich alle deine Prioritäten stressfrei erledigst. Denn wenn du dir am Vortag bereits darüber Gedanken gemacht hast, was den nächsten Tag ansteht, arbeitet nämlich dein Unterbewusstsein bereits in der Nacht an der Lösung der Aufgaben. Dadurch passieren dann häufig Dinge wie zum Beispiel, dass dir am nächsten Morgen neue Ideen einfallen, wie du eine Aufgabe effizienter und schneller erledigen kannst. Wie das genau aussieht, spielt keine große Rolle. Ein Ansatz, den ich empfehlen kann, sieht so aus. Jeden Abend schreibst du dir einfach schon genau die drei bis fünf wichtigsten Dinge aus Punkt 2 auf, die du am nächsten Tag erledigen musst. Achte dabei darauf, dass es möglichst die Dinge sind, die dich am meisten weiterbringen. Und dann startest du den Arbeitstag entweder damit, die Tasks von hoher Wichtigkeit nach niedriger Wichtigkeit zu erledigen, oder du planst bereits in den Kalender, wann du sie machen wirst. Am besten nutzt du aber das Eat-the-Frog-Prinzip und machst zu Beginn die Sache, die in dir den größten Widerstand auslöst. Denn am Morgen ist deine Willenskraft tendenziell am größten und du wirst nach dieser Aufgabe ein enormes Gefühl von Freiheit und Selbstvertrauen verspüren. Dein Tag ist für dich jetzt schon ein Erfolg und alles, was jetzt noch kommt, wird für dich immer einfacher werden. Wenn du morgens andere, nicht verschiebbare Dinge zu tun hast, kannst du dir Dinge auch schon vorher zu den passenden Zeiten in deinen Kalender eintragen. Beispielsweise, dass du von 16 bis 18 Uhr daran arbeitest. Hauptsache, du machst sie dann tatsächlich. Aber wenn wir uns nicht an unseren eigenen Kalender halten können, wie wollen wir dann jemals erfolgreich sein? Ein großer Vorteil des Planens im Vortag ist auch, dass du mit Klarheit einschläfst und nichts mehr in deinem Kopf herumschwirrt, weil du genau weißt, was du um welche Uhrzeit machst. Außerdem musst du morgens keine Entscheidungen mehr treffen und sparst dir damit Energie, um die Dinge tatsächlich zu machen. Selbst für die kleinsten Entscheidungen am Morgen brauchst du nämlich schon Energie und Willenskraft, die dir später bei der Umsetzung fehlt. Punkt Nummer 4 bei der Tagesplanung ist es, deine positive Einstellung zu trainieren. Viele wachen heutzutage auf und das Erste, was hochkommt, sind negative Gedanken und Gefühle. Das macht unser Kopf vollkommen automatisch, weil wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, immer erst einmal an die unangenehmsten Dinge zu denken, die wir heute zu erledigen haben. Kurzer Ausflug in die Funktionsweise unseres Gehirns. Unser Gehirn ist immer noch darauf ausgerichtet, unser Überleben zu sichern, weil es denkt, wir werden immer noch in der Steinzeit. Das heißt, es muss rund um die Uhr auf der Hut sein, Gefahren frühzeitig erkennen und sich vor Angreifern schützen. Deswegen tendieren wir Menschen dazu, immer das Negative zu sehen und Sorgen über die Zukunft zu machen und Angst vor gewissen Dingen zu haben. Unser Gehirn verursacht all diese Dinge wortwörtlich, weil es uns vor dem Tod bewahren will. Das Problem dabei ist nur, dass unser Überleben heutzutage grundsätzlich nicht mehr gefährdet ist. Erst recht nicht, wenn es darum geht, morgens aufzuwachen, gewisse Aufgaben zu erledigen oder gewisse Ängste zu überwinden. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit also bewusst auf positive Dinge lenken, weil wir in einem unbewussten Zustand immer zuerst das Negative sehen, weil das Gehirn versucht, uns zu schützen. Denn mit einer negativen Grundentstellung in den Tag zu starten, führt genau dazu, dass wir unmotiviert sind, dass wir Stress ansammeln und dass unsere Lebensqualität extrem darunter leidet. Wir haben allen Grund, um mit einem guten Gefühl morgens aufzustehen, wenn wir mal darüber nachdenken, wie gut wir es tatsächlich haben. Das heißt für dich, suche nach Möglichkeiten, um morgens mit einer positiven Einstellung in den Tag zu starten. Das kann bedeuten, dir drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist, dir drei Dinge aufzuschreiben, auf die du dich heute freust, oder auch nur deine Ziele anzusehen und dir laut vorzulesen, als hättest du sie schon erreicht, um dich in einen motivierten Zustand zu bringen. Visualisierung ist auch ein nützliches Tool dafür, genauso wie Musik. Morgens ein paar deiner Lieblingslieder zu hören, die dich in eine positive Stimmung versetzen, kann wahre Wunder bewirken. Und der wichtigste Punkt für dieses Video, Punkt Nummer 5, mach es zur Gewohnheit. All diese Dinge hören sich schön und gut an, aber wenn du sie nicht zur Gewohnheit machst und regelmäßig umsetzt, dann wirst du keinerlei Fortschritte machen. Es reicht nicht, dass du diese Dinge mal gehört hast. Und weil ich weiß, wie schwierig es sein kann, bestehende Gewohnheiten zu ändern und neu zu implementieren, mache deine Planungsroutine so einfach für dich wie möglich. Das Wichtigste ist letztlich, eine Planungsroutine zu finden, die du jeden Tag kontinuierlich umsetzen kannst, egal wie klein und unbedeutend sie wirkt. Sich am Vorabend eine Minute lang aufzuschreiben, was ansteht, ist immer noch besser als aufzuwachen und erst einmal keinen Plan zu haben, was ansteht. Dann tendieren wir zwar dazu, beschäftigt zu wirken, aber nicht die wirklich wichtigen Dinge anzugehen. Und am Ende des Tages stellen wir uns die Frage, wo unsere Zeit heute wieder flöten gegangen ist. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und maximale Produktivität bei dir und auch deinen Mitarbeitern aufbauen willst, um so dein Unternehmen auf die nächste Stufe des Erfolges zu bringen, um dir dadurch auf kürzesten Wege ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategiesession mit mir. In dieser Strategiesession werden wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickeln, wie du dir Erfolgsgewohnheiten wie eine gute Tagesplanung aufbaust, wie du deutlich produktiver wirst und wie du dein Unterbewusstsein darauf ausrichtest, dass es dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt. Klick jetzt auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategiesession.